Wird wohl doch nicht so einfach zu erledigen sein, wie ich dachte. Diese ganzen Komata, Mann. Doch wo du dich auch verkrochen hast, ich hinde dich und dann wird abgerechnet. Blablabla, dummes Gelaber. Dieses Gefühl, zu warm und besänftigend. Endlich, ich werde von diesem schrecklichen Ort weggebracht. Hey, Erlösung. Deine Erlösung. Lisa, ich komme wieder. Ich werde meine Kampfkünste verbessern. Und dann kehre ich zurück und töte diesen Bastard. Und dann bist du wieder frei. Immer diese starken Kraftausdrücke. Und ich drehe und drehe mich in Kreis. Und ich drehe, drehe mich im Sauserschritt. Dies, äh, das ist ein Versprechen. Ich werde dich retten. Und dann wird dieser Schrecken endlich ein Ende haben. Im Tal der Schreckens. Oder so irgendwie des Videos. Doch nun muss ich schlafen. Muss mich ausruhen. Es war ein langer Tag. Doch nun streckt mir die, schreckt mich der Schöpfung wieder ausreden. Blablabla, irgendwas. Irgendeine Mist. Irgendein Bullshit. Verbittel 2. Wiedervereinigung der eitlen Freunde. Mhm. Ich bin zurück. Aber wer hat... Merkwürdig. Wer könnte das gewesen sein? Ja, das habe ich auch keine Ahnung. Das ist mir auch egal. Ich will mich hier nicht bewegen. Edgar war der einzige Mensch, den ich kannte, der diesen Teleportzauber beherrscht. Ja, da war es wahrscheinlich auch. Aber er scheint jetzt nicht still zu sein. Na ja, ist es auch egal. Ich sollte Marvin, der Stadt Süßlich-Melsia, einen Besuch abstatten. Warum solltest du das? Da nimmt man einen davon. Gut. Achso, deswegen. Der Code. Code. Ja, der Code-Typ hier. Und ich bin mir sicher, dass er sich bereit erklärt, mitzuhelfen. Boah, weißt du das? Ich will mich bewegen. Also dann, aufs nach Marvin. Ja, ich auch danke. Alter, das kann ich mich endlich mal bewegen, ey. Boah. Es soll wieder über diese riesen scheißen Map latschen. Ja, super. Geil. Oh, ist das episch. Oh ja. Oh ja. Gib mir noch eine große Maps. Oh ja. Oh. Komm ich in den Dreifach-Takt hier da durch oder nicht? Nein. Und, äh, äh. Das war ein Fenster-Viel-Club, ja. Äh, ich lasse dich auch nicht über Wälder laufen. Ich bin schon klar. Na gut. Mal mal in der Hilde konnten, mal noch irgendein Neben-Neben-Quest oder. Irgendjemanden retten oder so war das, glaube ich. Und dann irgendwas in der anderen Stadt abgeben. Irgendwann dann grüßen oder so. Und dann wieder so in die Stadt, ey. Äh, äh. Eklig. Oh, Truhe, 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 Truhe. Äh, äh, äh. Schleermäuse. Äh, äh. Wir müssen mit 600 HP. Ah, ja. Das, äh. Gondel-Level 62, okay. Och. Echsenkrieger in der Höhle. Na gut, der Hintergrund, der ist irgendwie auch total. Der passt mir auch nicht. Irgendwie, ich weiß nicht, aus welchen Spiele ist. Oh, ja, Mann. Was hat er denn für eine Scheiß? Blöde, Raid eingestellt hier. Und diese, oh, diese Big-Dubi-Film-Helting ist auch ein Keks. Einmal verteidigen muss ich nicht. Ich bekomme hier irgendwelche Ringe ständig. Ich denke, ja, wozu diese zwei Pünktchen war und verkaufe ich es halt. Wir wollen den Schutzen, nein, den Schutzen, den brauche ich ja wahrscheinlich irgendwann mal. Und die anderen kann ich verkaufen, weil die braucht wohl eh kein Schwein. Diesen zwei Pünktchen, da die anderen sind wahrscheinlich auch ein hohes Level, dann am Ende. Oh, Mann. nein bitte hilf mir schnauze du dreckige schlampe ja antagonisten sind böse weise die kraft ausdrücken und sich schmeißen musstest du das nicht oder willst du das dass ich dich hätte und dann bist du dass ich dir sache machte keine sorgen ich bin hier um dich zu retten labert doch nur so ewig in drei tage soll lieber nicht zu verlaut bürschchen ja ja oder wie du heißt das dunkle schatten an deiner stelle würde ich mich erst mal selbst immerhin stehst du hier vor allem sehr mächtigen dämon und du solltest nicht den glauben zu fallen mich besiegen zu können aber doch nicht kämpft endlich du bist also ein mächtiger dämon dann zeig mir doch und dann zeigt mir doch deine macht mit dem größten vergnügen ich werde ihnen zeigen was schmerzen sind ja kommen kommen einfach und und hallo ihr fritz und hallo ternik war kampfmusik ich habe übrigens keine fähigkeiten war okay verteidigungsraub bist mich verarschen auch nö was fägt dich fägt dich ganz doll hey du bluder ja hör auf auf mich zu debuffen und um dich zu heilen ouch sondern es hat ihn wieder gegen den ständen habe ich und die heilen überhaupt nichts toll wow geil bei so vielen hp so schwachsinnig ist alter der nicht gerade du bist du bist schaden gemacht auch ja kommen wo haben wir so ein geiles ganz system gehen wir nicht haben keks ja kommen gehen wir auch ja das weckt den schand wo 1000 na komm geht da und hör auf die zu heilen blödes misty hör auf man ging ja die sich ständig heilen können sind unfair aber hat er das wenn ich beim testen gemerkt dass die kämpfe langweilig sind die kloppt aber wenn ich mal irgendwelche skills hat die man 1 und dann kann man kloppt um hinterher mann wenn man was spaß macht weil man zu stark ist und geht doch so alt 8 der gibt so viel wie wie andere mich am teil schreckens braucht frausende 50 gold phoenix wieder klar und ein menschen besiegt was für eine demütigung da kommt noch schnell einfach mann teil zu sterben die bestie ja 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 unnötige effekte sind unnötig so das hätten wir und er räumt es uns auch schnell weg nun hau schon ab der mann wartet schon ja komm das laber mich nicht voll noch auch mann ich nehme meine stadt ein mein mann hat dich geschickt nicht wahr wenn ich hatte gesagt haben ja ja das stimmt nun dann habe ich hier noch was für dich zum dank dass du mich gerettet hast das muss ich mir jetzt nicht noch mal zur erklärung aber markierring erhalten 450 gold erhalten und das hat sie ganz abwitzung gesteppt ja was ist das schön ring bitte wahrscheinlich nur der intelligenz erhöht oder wow 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 geil 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 auf den fall auf so ein möchte ich mich an denen Tudo Δ丸 sobald zum Pixelandi Vrl in der 64 schön und es werden sogar 1070 abgezogen dann sind gut die die diejenigen weil mit dem mit dem weg gemerkt habe ich nicht so oft spiele gespielt weise absolvieren gehabt ich weiß nicht so ganz wie das wusste noch nicht so ganz wie das funktioniert im mord von daher gut dass es recht genau so funktioniert in 2k ich war länger ums dinge ist hier im wald irgendwas keine ahnung eine spinne hallo spinner zöten danke verdiene und могу hier im wald irgendwas ist ich überhaupt nicht und dann sollte ich mal auf die wegkarte gucken und da was das krebs und eine spinne als eher an skorpion aber nun gut ich weiß es im krebs spieler denn da ist das nicht als golden thunder hintergrund ich hoffe jetzt auch golden thunder passt aber so überhaupt nicht hier rein und der 65 passt absolut nicht in den rechtlichen stil rein äh restlichen stil rein so ich guck mal kurz auf den wald irgendwas ist gleich ja in dem wald ist was nämlich am rand hier das wird aber erst später ausgelöst toll auch mein baum liebt er diese fach kamera karten so kamera fahrten so kammerkarten ja hier ich kriege meine kamera karte und und lasse dich eine elendliche lange sequenz über eine stadt und zeigen wieder mal riesengroß ist eine riesengroße map ist und und nicht als so viel sinn macht das ist doch vor allem wenn ich es in 10 oder den seien ist bevor es darum ist das er auch da oben rechts kam nicht aus dem aus der mitte der schornstein ist eigentlich sehr aus der mitte das schon alles kommen wissen man da hat er das nicht drei teile durchgezogen das ist echt das film wird das ist vom bruder von abwisshaft ist glaubt er schämt sich auch dafür dass er die kram gemacht hat und er hat dann noch eins gemacht broken soldier das heißt es ein xp spiel welche auch noch machen muss und das ist der teil von der reihe ist wahrscheinlich nicht aber ich mache es einfach aus der rechte nachdenken ich mal marwin ich habe diese stadt lange nicht mehr besucht ich weiß übrigens nicht mehr wie sie aussah vorher ob es gut gut geht doch sobald ich weiß wohnt er nicht in der stadt sind dann im schloss des königs das deutlich von marwin liegt was macht das warum eigentlich als du schon nie bin sollte ich auch noch ein kleines pläusch hier mit dem könig halten bevor ich wieder weiter gehe ich werde ich belegen okay dann ab zum schloss ja ist gut war wenn als einmal diese monologen von ihm ist so nervig aufstehen willkommen marwin fremder welcome to kundaria ganz so hängig du willst du willst du willst du das schöne wetter so wieder ein haus was innengröße ist das außen reporter verdammt was kann ich nur entschuldigen sie dass ich störe was genau ist die problem habe ich etwas so laut gesprochen egal ich bin ein reporter mein name ist oliver super ich habe tatsächlich ein problem manche leute wissen warum ich das gesagt habe na super kennst du die zeitung komet ich denke schon es ist es ist ein zeitung die monatlich erscheint ja ich habe gut deutsch wollte du mich du wolle du mich reporter einstelle ich gut deutsch könne besser als alle andere meiner 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 kumpels oder so kanal klar und sie ist sehr beliebt da sie viele interessanten etersan interessant interesse interessante themen falsch geschrieben themen bietet habe ich recht genau und ich habe stets doch für die komet zeitungen gesammelt doch nun was ist mit der musik los warum ist keine musik mehr da habe ich einfach keinen stopp mehr für die zeitung ach so weil die gelugt hat komisch gelugt hat ich habe mich gerade gefragt wo der fang ich werde ständig aufgefordert ein paar ideen herzugeben doch mir fällt einfach nichts mehr ein also mal als reporter warum veränder ich den ein da muss nur noch einschätzt die welt reisen und oder von mir aus jetzt durch die städte durch die dörfer und und nachrichten und sowas eine ereignisse kategorie nicht kategorisieren ereignisse ich wüsste was ich mein also sagen wir moment mal ich hätte eine lösung wieder ein problem tut du ihn auf einmal weißt du ich bin ein abenteurer ankommen viel um die welt ich könnte die wichtige ereignisse erläutern und du dann die du dann für komet aufzeichnet wenn du das wirklich in mich tust werde ich dich selbst